Ja, ich habe ihn gefragt, weil ich habe auch gelesen, der Deal ist durch. Er meint, der Deal ist nicht durch und der Deal ist ja noch nicht durch. Er ist hier trainiert mit uns und mich freut es, weil ich würde ihn sehr gerne hier behalten. Er ist ein fantastischer Innenverteidiger, der immer noch sehr jung ist, der sich immer noch entwickeln kann, der sich stabilisieren kann. Aber wie gesagt, er ist auch voll und ganz hier bei uns trainiert, engagiert und ich hoffe, er wird bei uns bleiben. Ja, mit frischem Blut, mit neuen Spielern. Wir haben schon einige geholt und die machen auch einen guten Eindruck, auch wenn es jetzt noch relativ früh ist. Aber man merkt schon, die Jungs, die sind hungrig, die haben viel Engagement, die sind hungrig, was zu erreichen. Und das ist ja auch so ein bisschen, was uns ausgezeichnet hat die letzten Jahre, dass wir alle Bock haben auf Titel, auf Erfolg. Und jetzt gilt es eben daran zu arbeiten, dass wir uns spielerisch finden, dass wir uns kennenlernen, weil der Umbruch dann schon ein Stück weit etwas größer war. Ja, gerade Simmonds ist schon auch eine Augenweide dann auch zuzusehen, wie er manche Situationen löst. Aber wir haben auch da Dani Olmo oder auch Emil Forsberg, die auch genau so Momente, so Situationen so lösen können. Deswegen ist es da in dem Bereich dann schon auch ein hoher Konkurrenzkampf. Aber da fördert dann dementsprechend auch die Leistungsfähigkeit der Spieler. G'säcker